Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich zeige euch heute einen weiteren Best-Hit-Review hier bei mir. Und zwar habe ich eine Karte bei eBay gekauft, ersteigert und zwar ist das folgende Karte. Es ist ein 2023-2024 Dondros Soccer Julien Alvarez für Argentinien Red Prism Karte. Hier im Dondros Optik Julien Alvarez für Argentinien. Das Ganze ist die Nummer 22 von 299. Argentinien, glaube ich, zweimaliger Fußball-Weltmeister. Die nächste EM ist ja in USA und Kanada. Argentinien räume ich da eine sehr gute Chance ein. Julien Alvarez hier Argentinien. Ich glaube, der spielt bei SSC Fiorentina in Italien. Eine sehr schöne Karte. Hier sieht man auch den Effekt schön. Schöner Effekt, schöner Pop diese Karte. Julien Alvarez für Argentinien. Ja, das Ganze ist die Nummer 22 von 299 hier im Red Prism. Hier sieht man auch schön das Prism-Zeichen. Julien Alvarez für Argentinien. Argentinien. Ja, ich bin damit raus und sage Danke. Äh, danke. Ich bin damit raus und sage Danke. Bis zum nächsten Mal. Bitte weiterhin kommentieren und abonnieren. Lasst mir doch ein Like da. Peace. Ciao. Ciao. Peace.